Musik Das Besondere hier in diesem Geschäft ist auch unser sehr treuer Kundenstamm, der 95% aus Stammkundschaft besteht. Der Anspruch an die Ware ist bei uns sehr hoch. Wir haben auch sehr viele internationale Artikel, sehr viel Heimisches. Wir stellen alles im Convenience-Bereich selber her. Musik Aus dem südamerikanischen Bereich zum Beispiel der Vacu oder aus Amerika das Angussfilet, Flänksteg zum Beispiel, Tomahawkstegs, also alle so diese Klassiker, die man heutzutage braucht, um sich international behaupten zu können gegen Mitbewerber und vor allen Dingen auch. Und ist ganz wichtig auch gegenüber das Internet. Wir sind sehr stark im Wild. Ja, wir haben zum Beispiel 20 Kilometer entfernt kommt unser Wild her, also aus dem Welsheimer Wald, Mohabber Wald. Das ist das gesamte Wild, also Wildschwein, Reh. Der Hirsch kommt aus Thüringen. Musik Zum anderen Thema, wie Schnitzel, wie Fleischküfte, wie Fleischkäse. Ein Verkäufer muss eine gewisse Ehrlichkeit einfach mitbringen und auch ausstrahlen. Und das macht man hier. Also ein geiler Job ist für mich, ich mache das heute noch so gern wie vor 48 Jahren, weil ich sage, ich kann mit Kunden umgehen oder mich befassen. Ich kriege so viel zurück von der Kundschaft und es ist jeden Tag was anderes. Musik Musik Musik